Die Hypnose-Methoden, mit denen Sie arbeiten werden, ermöglichen es, sehr schnell einen Patienten, einen Klienten in die Hypnose zu führen. Wenn Sie einen Menschen einmal hypnotisiert haben, ist es möglich, ihn immer wieder in Sekunden in dieselbe Hypnose-Tiefe zu führen. Die Arbeit mit schnellen, effektiven Hypnose-Methoden ermöglicht es, Zeit zu gewinnen, in kurzer Zeit mit Ihren Klienten Dinge zu erreichen, die sonst nicht möglich sind oder viele Stunden in Anspruch nehmen. Und wäre es nicht wunderbar, wenn Sie einen Patienten immer wieder im Handumdrehen in die Hypnose führen würden und wenn er Ihnen sogar die Arbeit abnimmt, Sie sagen ihm, geh in die Hypnose und er ist sofort wieder da. Wäre das nicht fantastisch? Und diese Hypnose-Tiefe können Sie nicht nur für sich mitnehmen als Selbsthypnose, sondern Sie geben sie Ihren Patienten mit, dass Sie innerhalb von Sekunden in eine sehr tiefe Hypnose gehen können, bis in das hypnotische Koma, sich selbst programmieren können auf Gesundheit, Erfolg, auf Glück. Und damit können die Patienten, und Sie tun das gerne, jeden Tag etwas zu tun, um den gemeinsamen Erfolg, den Sie in der Sitzung oder in den Sitzungen erarbeitet haben, noch weiter zu unterstützen und auszubauen. Zufriedenheit, Befriedigung auf beiden Seiten.